Ja, hoho, hier wieder beim Koali und beim Lestrak Dark in der Secret World. Wir haben hier Echos in der Ewigkeit. Wir müssen die Frequenz des Funkgeräts ändern. Okay. Das heißt, wir müssen es wahrscheinlich anklicken, oder? Ja. Achso, hier unten ist es drin. Okay. Piep, piep. Ich muss mal ein bisschen aufräumen hier. Und der Lestrak tanzt. Ja, zur Musik des Funkgeräts. Okay. Gruselig. Das ist ein männlicher Tanz. Auf jeden Fall. Gut, dann bevor du noch weiter tanzt, und das können wir ja keinem zumuten. Ich bin leicht verletzt. Aber nur leicht. Ist schon vorbei. Ich bin Tank. Ich erhole mich schnell davon. Oh, der muss ich mir merken. Der war echt gut. Ups. Ich habe jetzt eine Klingenkraft aus Versehen hier unten in der Leiste drin. Muss ich gleich mal ändern. Aber im Moment kann ich ja jetzt gerade ändern. Raus mit dir. Was nehmen wir denn dafür rein? Ich habe noch keine Elite. Ach nee, das könnte ich gar nicht nehmen. Streiftreffer? Wollt ihr mich verarschen? Oh, der Lestrak will geheilt werden. Nein. Machst du das erstmal fertig, was du machen wolltest? Hab ich doch. Hab ich doch. Oh, gut. Alles gut. Aber sag mal, Lestrak, wenn du schon tanzen machst, tanzt du den auch richtig? Also in der Wirklichkeit? Nein. Im realen Leben? Nein, ich tanze nie. Warum? Ich hasse es zu tanzen. Kannst du es nur nicht oder? Äh, was nennst du tanzen? Das, was in der Disco gemacht wird? Oder meinst du richtiges Tanzen? Sowohl als auch. Also klassischen Tanz kann ich. Ja? Oh, du hast eine Barriere. Ja, ich war früher auf der, auf der Tanzschule. Ah, da hast du mir schon mal voraus. Ich war noch nicht auf der Tanzschule. Ich hatte auch früher Ballett. Ballett? Okay, kann ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen, aber... Äh, ja, musste ich machen, weil ich hatte früher eine Gleichgewichtsstörung. Und das sollte ich dann machen, damit das, sag ich mal, damit ich dafür eher ein Gefühl kriege. Okay. Interessant. Also kannst du potenziell ja richtig cool tanzen. Oh, hier ist ein Zombie, der aufersteht. Ein Tourist. Ja, also... Ich kann in der Theorie richtig gut tanzen, ja. In der Praxis benutze ich jetzt nie und kann es wahrscheinlich sogar nicht. Hm. Das ist ja schade. Hörst du die ganzen enttäuschten, äh, Frauen vor dem Bildschirm? Das ist auch das Einzige, was ich niemals machen würde, um eine Frau zu kriegen. Tanzen? Ja. Hm. Das Einzige. Das hört sich so an, als ob da jetzt noch eine Frage hinterherkommt. Ach, nö. Das überlasse ich der dreckigen Fantasie unserer Zuseher. Zuseherin. Die Frage ist ja auch, wollen die weiblichen Zuseherinnen, wollen sie mit dem Lesrak, der am Mikrofon ist, ausgehen oder mit dem Lesrak, äh, hier, der den komischen Totenschädel hat und mit komischen Wum hier um sich herum schießt? Naja, weil, ich sag jetzt mal, der hier, der die komischen Wum hat, der hat einen Sixpack, also, glaub ich, eher mit dem. Nö. Also, das ist die Erfahrung, die ich bisher mit Frauen gemacht hab, bin ich ehrlich. Wir wollen alle nur Sixpacks, anstatt Fässchen. Ja, und sie sind oberflächlich, die meisten. Ach, das geht dann mit Männern auch so. Natürlich. Aber ich hab den Vorteil, den Frauen gegenüber, ich steh da auch offen zu. Die meisten Frauen geben das ja nicht zu. Die sagen, nein, es kommt auf die inneren Werte an. Dann sagen sie, oh, geiles Sixpack. Das hatte ich wirklich mal, so in dem Zusammenhang. Okay. Wir kommen dieser Piepsequelle näher. Das ist schon wieder ein echt ätzendes Quest hier. Ja. Ey. Der da oben, den find ich misstrauisch, weil der faucht die ganze Zeit den Busch an. Welcher oben? Hinter dir direkt. Nein, hinter mir ist ein Gegner. Ja, guck mir den auch einfach mal an. Einfach kurz umdrehen. Oh ja. Der faucht die ganze Zeit den Busch an, das find ich irgendwie komisch. Ja, ich würde Busch auch anfauchen. Ganz ehrlich, das würde ich sogar echt gerne sehen. Vielleicht ist er der nächste Präsident der USA wieder ein Busch, wer weiß. Oder dieser, ähm, reiche Konzerntüchter. Der Trump. Ja, Trump. Und wir retten den Busch mal. Ja, aber ich glaube, das würde nicht gut ausgehen, wenn der das wäre. Ja. Ich hab letztens über Twitch mal jemanden, der Magic the Gathering spielt zugesehen. Und, äh, war in den Comments drin. Und das war irgendwie, ja, ich war so ziemlich der Einzige, der da war und, äh, sich vernünftig mit ihm unterhalten hat anscheinend. Auf Englisch? Ja, ja, klar, auf Englisch. Äh, und, äh, dann hat er kurz irgendwie aussetzen müssen, weil er Telefon gängig ist. Und dann, äh, war ich natürlich, äh, dreist wie ich war, gefragt, wer denn dran war. Und dann, ja, mein Vater, der wollte mit mir über Politik reden. Und ich so, uh, Politik. Und dann hat er irgendwie losgelassen hier von wegen Demokraten und Republikaner in den USA. Fand ich ganz interessant. Eigentlich. Okay. Sag mal Bescheid, wenn du sowas guckst. Sagst du, da würd ich auch mal mitgucken bei Magic. Dann müssen wir ja mal so'n Kanal abonnieren einfach. Und so gibt's ja genug Leute, die das machen. Oh ja, ich hab viele abonniert. Ich hab sogar selber einen Twitch-Kanal. Ich auch. Ist aber noch nie was gelaufen davon. Doch, ich glaub, einmal hab ich einen Test-Stream gemacht. Bei mir ist dreimal was gelaufen. Aber du hättest ja gesagt, auf Twitch sind sie so hinterher mit, äh, hier, äh, Copyright. Ja, das stimmt. Da sind sie bei YouTube auch. Oh, das kann ich wirklich vergleichen. Oh, ich geh gleich drauf. Nur weil ich dich die ganze Zeit heile und die ganzen Leute auf mich losgehen hier. Heile mich. Alkalipte heile sich selber. Aber ich hab nur Minecraft gemacht, also. Ah, das gute alte Minecraft, ja. Ja, aber bei dem braucht man das ja nicht. Die haben das ja sogar auf ihrer Fernseite, dass man das machen darf. Sogar mit Monetarisierung auf YouTube. Ja, das soll machen aber auch immer mehr. Blizzard hat das auch. Weil das ist sozusagen eine Duldungsexklärung. Okay. Steht ja auch bei, wenn die was dagegen sagen. Funcom hier hat das übrigens nicht. Ne, aber ich hab gehört, bei Funcom sieht man das aber sehr leicht. Da braucht man nur einmal anschreiben. Und dann geben die das einen eigentlich auch. Ja. Aber ich glaube, solange man nicht monetarisiert, ist das auch weg. Da würde die es auch ignorieren, glaube ich. Ich glaube, das ist wirklich nur so eine Sache, dass man dieses Monetarisieren hier auf YouTube irgendwie, das bringt eh nichts für den 0815 YouTuber. Also da musst du schon wirklich richtig krass viele Leute haben, die zugucken, damit es überhaupt was bringt. Ja, ja. Also wenn du siehst, hier der Umbreon zum Beispiel. Der hatte mit seinem Kanal, hier, Warhammer, hatte der ja schon über 1500 Abonnenten oder so. Was ich jetzt nicht so schlecht finde für so einen Nischenkanal. Und der kriegt alle drei Jahre oder so, hat er gesagt, kriegt er mal 70 Euro. Ist aber auch was. Ja, haben und nicht haben, klar. Aber dafür mache ich mir jetzt den Umstand nicht, dann immer auf alles Mögliche achten zu müssen. 70 Euro wäre für mich eine Woche im Luxusleben. Außer es kommt ein gutes Spiel raus. Der winnt eine Woche in Armut. Ja, ich hatte diesen Monat ja aber auch den Fehler gemacht. Ich habe mir Bloodball 1 geholt. Die Chaos Edition. Und das ist eine Woche bevor der zweite Teil rauskam. Ja, das war ja nicht gut. Ja, ich war auch drauf. Obwohl es ist ja günstig gewesen. Das war 5 Euro oder so, ne? Ja, das war irgendwas mit 20 Euro. Das war Chaos Edition. Irgendwie hier vorne muss das irgendwo sein, oder? Ja. Warte mal. Hier wird es weniger. Ah, da hinten. Da hinten. Die laufen hier gerade hinterher. Ja, lass die. Ach da, ja. Ich sehe ihn auch. Ich fähne will die erst mal. Ich fahre halt einfach scharf auf die Vampire, weißt du? Ja. Im Grunde warte ich auch momentan nur und dümpel ein bisschen rum, bis die Vampire rauskommen als DLC. Ich weiß nicht, wie lange die mitzufinden. Ich glaube, der erste DLC wird, glaube ich, hier Echsen, Menschen und Waldelfen sein. Ja. Da müssen sie ja nichts mehr für tun. Ja, eben. Wobei ich generell das Spiel auch relativ lieblos programmiert finde. Ah, etwas. Weil, das merkt man an den Waldelfen und an den Echsenmenschen, merkt man das total. Die Echsenmenschen haben die gleichen Animationen wie die Tiermenschen. Darauf habe ich bisher nicht geachtet. Ich habe die Animationen ausgestellt. Und, ja. Ja, aber die Waldelfen-Animationen sehen eigentlich ziemlich cool aus. Von daher habe ich die mal anbelassen. Aber ich glaube, das sind auch dieselben, die die Hochelfen und Dunkelelfen haben. Ja, kann sein. Sie sehen nur cooler aus, weil die Waldelfen-Modelle, finde ich, sieht besser aus. Und man hat sich ja schon aufgeregt, dass die, ähm, dass die Waldelfen-Kampftänzer jetzt männlich sind. Und? Und, äh, ja. Sind sie aber, glaube ich, im ursprünglichen Blood Bowl Tabletop, sind die auch männlich. Also sind sie von der Figur her. Ich glaube, auch beim Fantasy, da sind es männliche und weibliche. Ja, ja, gibt es beides, klar. Ähm. Nimm, steh auf. Guck mal, schon Zombie. Wird er nicht. Guck mal, Putin steht direkt in der Achselhöhle von dem Zombie. Wenn er jetzt nicht aufsteht. Ist schon warm und haarig. Oh, das erinnert mich an eine Ex von mir. Jetzt kommen die Geschichten. Ja, ich. Ich muss sagen, ich hatte wirklich schon alles. Ne, eine schwarze. Eine schwarze hat es noch nicht. Maximal pigmentiert. Bei mir ist auch das. Es ist nicht rassistisch gemeint, von daher. Ja, ja, schon klar. Aber ganz ehrlich, das hört sich doch irgendwie noch, das hört sich doch absolut verarschend an, finde ich. Ja, sicher, klar. Ich finde, maximal pigmentierte. Klingt rassistischer als schwarze. Finde ich. Aber ich kenne sogar eine, sogar eine recht attraktive, fällt mir ein. Problem ist nur, ich bin mit dem Bruder befreundet. Oder eher bekannt, könnte man eher sagen. Okay. Und ich glaube, er würde mir den Kopf abreißen. Das ist seine süße kleine Schwester. Niemand darf die anfassen oder angucken. Achso. Und der Typ ist auch noch so ein Berg. Das ist das größte Problem. Ja, okay. Gewonnen hat er noch nie bei mir gegen mich, bei einer Klopperei. Aber... Oh Gott, du hattest so viele Kloppereien schon, dass du sagen kannst, gewonnen hat er noch nie. Er hat schon mal öfter mal versucht. Zwei noch besser. Allen anderen konnte ich bis der Feige aus dem Weg gehen. Ja, das ist auch ein Thema. Das habe ich nie verstanden. Warum soll Feige sein was Schlechtes sein? Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass man nicht gewinnen kann. Kommt immer auf die Situation drauf an. Also man kann ja in verschiedenen Situationen Feige sein. Ja, aber... Wenn du zum Beispiel zu Feige bist, um die Wahrheit zu sagen, dann finde ich, ist Feige schon was Schlechtes. Wenn so Feige nur definiert wird, ob du dich traust, dich zu kloppen mit irgendwem, dann finde ich das auch affig. Ja, ja, darauf war es auch bezogen. Weil Prügeleien ist eh sinnlos. Aber fein die Wahrheit zu sagen, dann hätte ich weniger Probleme, wenn ich das ein Problem hätte. Oh, mein Schaden ist mir da aus, selbst weil es mir nicht gut wacht. So ein bisschen mehr drauf kümmern. Ich muss sagen, aber diesen Pistolen-Scale, ich mag den optisch. Ja, der sieht cool aus. Vor allen Dingen, als nahe kommen, das finde ich wirklich gut. So kann ich tanken und etwas haben, das ich mag. Aber ich muss irgendwann mal... Spannung, Spiel und Schokolade. Schokolade, Schokis! Ah, ich misse zu früh den Verbraucher, das finde ich nicht so gut. Und... Bäm! Oh Gott, ich höre immer wieder dieses Isaac-Geräusch. Das ist Isaac-Geräusch? Ja, von The Binding of Isaac zum Spiel. Okay. Das ist so ein Spiel, das ich immer wieder suchte. Seit ich das habe, habe ich das immer mal wieder zwischendurch gespielt. Ich weiß nicht, warum. Was ist das denn für ein Spiel? Äh... Eine recht einfach programmiertes. Da gehst du halt durch Räume und die siehst du Gegner mit deinen Tränen. Mit den Tränen? Ja. Also eigentlich Kugeln einfach nur. Das ist, ja... So eine Mini-Grafik, kann man so sagen. Wie von so alten Spielen. Da gehst du einfach von Raum zu Raum, kriegst manchmal Gegenstände in solchen Goldräumen. Und dann verändern sich die Tränen. Dass du zum Beispiel vier Tränen schießt, dass wenn du Gegner besiegst, dass dann Spinnen rauskommen, die für dich Schaden machen. Mhm. Ist das sowas ähnliches dann so im Diablo-Style, so Hack'n'Slay? Äh, nein. Von der Grafik her nicht, nein. Das ist eher wie diese ganz alten Spiele. Ganz altes Diablo. Äh, von der Grafik her besser, etwas besser als Pac-Man. Hey, Pac-Man. Aber wie? Wollen wir den Großen hier platt machen? Oh, machen wir einfach mal. Moment, Schaden-Buff. Oh, der kriegt Hilfe. Natürlich kriegt er Hilfe. Oh, warum gehst du auf mich? Mach noch gar nichts. Geh weg. Ah! Tot. Zwei Schläge und ich bin weg. Das ist der beste Akro-Reset-Skill, den ich je gesehen habe. Das wäre vielleicht auch noch so ein Skill, den ich mir mal holen könnte hier, ne? So ein, äh, weniger Akro-Dingen aus diesen Mittelteilen. Du bist auch tot? Ja, ich bin auch tot. Der Typ war so eine Krone mit diesen Sternchen. Wieder eine Riese, die wir bei diesen Stahlwerken da gefunden hatten. Ah, okay. Dafür sind wir noch nicht gut genug. Na, noch nicht OP genug. Und ich glaube, wir wollen es nicht riskieren, nur weil wir dann 100 im Schwarzstall waren. Ja, der, guck mal, der, ich hätte mal vorher drauf gucken sollen, der hat, äh, 387.000 Leben. Soll ich mit Marley vorbeikommen? Ja, der ist halt nur etwas weiter geskillt schon, ne? Etwas weiter? Der ist Endgame. Ey! Das greift uns trotzdem noch an. Weg, 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 weg. Weglaufen. Oh, der kommt jetzt hinterher. Sprinten. Ich kann nicht sprinten. Fuck. Ich bin gleich tot, 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 ich bin gleich tot. Und da vorne kommen schon die nächsten Gegner, aber sie laufen weg. Oh, Gott sei Dank. Ja, sie haben gesehen, dass ich mich umdrehen wollte. Ach so. Oh Gott. Hi, der Heine. Boah, Ali, du solltest echt hängen werden, weißt du was? Ich weiß auch nicht, warum die so viel, äh, Aggro zieht. Ich glaub, ich guck jetzt gleich mal, wie viel diese... Nein, du stellst dich immer so hin, dass du gerade im Aggro-Bereich bist, aber ich soll gerade so. Ja, das, äh... Das mein ich ja, du bist der Tag, du kannst es präziser wie ich. So, ich guck jetzt mal kurz im Rat nach, wo man diesen, äh, wenige Aggro-Dingens holt. Erhöht die Effektivität von, äh, äh, hast du den eigentlich hier als passiven? Äh, verbessert. Unfairer Vorteil, erhöht die Effektivität von erhaltener Heilung? Äh, nein, hab ich noch nicht. Der wär vielleicht dann auch nicht schlecht für den Tank, ne? Ja. Äh. Wo ist das denn? Irgendwo war sowas provozieren? Ne, da in dem Baum ist es, glaub ich, nicht drin. Ferrier, verringert die Menge des Hasses, der den Feind auf sie hat, dass es wahrscheinlicher wird, dass er jemand anders angreift. Das nehm ich mir als nächstes rein. Stabilität, verringert die Menge des Hasses, ja. Verwirren. Äh, nein, ich hab Subtilität dann gemeint. Das, äh, das ist ein Passiver, da hab ich keine Slots mehr für frei. Achso, okay. Ja, ich hab eigentlich auch keine Slots für mehr Agro. Aber trotzdem musste ich das machen. Hm. Obwohl, momentan hab ich den Slot dafür frei. Aber es kostet halt auch. Oh, okay. Ich skill erstmal auf den Schadenseffekt. Und dann... Ah, hier sind sie wieder. Oh, hallo. Upp, hast du mitgeklickt. Übrigens, was das Freundspiel noch betrifft, da war noch ne Frage, die kann ich eigentlich auch dir stellen. Hm. Äh, Thilea, ne? Ist die eigentlich ein Fernkampf oder ein Nahkampf-Assistin? Äh, mehr Nahkampf als Fernkampf. Okay. Ja, weil bei Assisten muss man ja aussehen, ob man als Affinitäter dieses... BR, äh, BF oder KG nehmen, das Ding. Ne, man hat's in den Nahkampf gemacht. Okay. Ja, weil du hast gesagt, Bogen und zwei Schwerter. Das fand ich beides sehr... Hm, weißt du? Hätt ich das oder das sein können. Ja. Ich kann auch beides eigentlich, aber... Nahkampf ist besser. Okay. Also bin ich der... Das heißt, müssen wir hier an diesem großen Vieh vorbei. Ohne, dass der uns angreift. Warte mal. Ja, ich hab's so gepult. Äh, wir haben vergessen das Mikro. Das was? Das Mikrofon da. Das Funkgerät. So. Da macht das einen Unterschied. Wir wissen aber, in welche Richtung wir müssen. Ja, okay. Äh, guck mal, du kämpfst hier gegen vier. So richtig was machen können die dir nicht. Natürlich nicht. Ich hab'n OP-Heiler. Und ich bin ein OP-Fank. Bittes toll. Ja, außer da hinten der 38 Millionen Lebenspunkte. Wenn ich, wie sag's ja, wenn ich mit Marley vorbeikommen würde, der würde mit ihm den Boden aufwischen. Ja, der ist aber auch schon Endgame, oder nicht? Äh, in Richtung Endgame. Also absolut OP-Rüstung hat er nicht, aber er kann schon in jede Instanz. So, jetzt hier das Ding anmachen, hast du gesagt. Ja. Oh, es piept wieder. Weil dir piept's wohl. Ja. Klar. Ich bleib mal hier ganz am Rand. Mhm. Warten. Euch nehm ich nicht mal mit. Komm, erst mal mit, Coralie. Ich bin hier. Okay, ja, okay. Das ist, glaub ich, ein sicherer Punkt, um, äh, die Typen abzuschießen. Ja, ich dachte, mir nur die hier lieber erstmal erledigen. Ja, die stehen im Weg. Ich muss mal eben meinen Schaden wieder buffen. Lassen wir ja nicht vergessen. Spielt ihr eigentlich eher mit Maus oder mit Tastatur? Also für die Fähigkeiten benutzen? Ähm, also die ersten beiden Fähigkeiten, also Bilder und Verbraucher hab' ich Tastatur. Ich mach' aber auch zwischendurch ein bisschen was mit Maus. Ja, ich mach' eigentlich nur mit Maus. Oh, ein Stummgewehr. Ja, ist aber glaub' ich... Das ist sogar besser als das, was ich jetzt habe. Oh, ja. Da hat der Coralie es wieder gut. Der kriegt wieder alles Mögliche. Hm, nice. Ein Inventar ist voll. Nein! Dann kann ich das hier annehmen. Und dann zerlege ich es. Und dann lache ich. So, QS6. So ist das Ding. Ausrüsten. Klick. Weniger Waffen. Das andere hatte mehr Crit. Okay, na gut. Willst du dein Stummgewehr wiederhaben? Warum sollte ich? Das war ein Geschenk. Ich will, dass du es ewig behältst. Ich werde es zerlegen. Moment. Das erinnert mich an meine Oma. Zack, zerlegen. Was, das zerlegen erinnert dich an deine Oma? Nein, äh, das, ähm... Ja, ich hab's dir geschenkt. Das musst du jetzt ewig behalten. Achso. Ich hab' immer noch das uralte Handy von meiner Oma. Aber meine Oma kann ja auch Angst machen. Das ist gerade ein komischer Grafik-Glitch hier. Wieso, läufst du durchs Wasser? Ja. Oh, hier geht's, hier wird's heiß. Schadensball... Oh, hallo! Na, meine Süßen. Ich sehe, dass ihr weiblich seid. Ja. Lauft, lauft! Also ich glaube, mit dir sollte ich niemals auf die Straße gehen, oder? Lauft, lauft! Ich gehe als dein Herold vorneweg. Lauft, der Letzte, komm, lauft! Du wärst schon nicht der Erste. Oh, die haben mal ganz schön was ausgehalten hier. Ja, der da hinten sieht aus, als ob er essen würde. Ja. Ja, das wäre nicht sogar richtig gewesen. Sollst du nicht in diesen komischen Glibber stehen bleiben, oder? Warum nicht? Magst du Flabbers nicht? Nein! Nein! Oh! Eben zwischen den Aufnahmen. Voll eklig. Äh, nicht, nicht, äh, nee. Falsches Wort. Nicht eklig. Genau eben nicht eklig. Uh! Kommt hier was? Oh doch. Also nicht eklig weiter? Äh, hier, meine Freundin hat für mich voll was Leckeres zu essen. Ich krieg davon nichts ab. Ach so, okay. Frauen, egoistische Wesen. Ja. Ja, aber das kenne ich. Als ich meine Freundin hatte, hat sie mir das auch mal vorgebrochen. Ich hatte mir da ihr Lieblingsessen mal geholt. Und die hat nichts abgekriegt. Tut. Dazu muss man aber wissen. Ich hab's nicht vorher gefragt. Ich hol was zu essen. Möchtest du auch was? Nein, ich habe keinen Bock. Da hatte ich irgendwie Bock da drauf. Hab's mir geholt. Oh, da dachte ich auch was. Ich kann's auch nicht ab, wenn Leute vor meinem Teller Pommes oder so essen. Ich kann sowas absolut nicht ab. Da kommt er nochmal. Oder findest du, da bin ich etwas übertrieben? Klar. Du übertreibst immer. Ne, stört dich das nicht? Kommt auf die Situation drauf an. Wie gesagt, wenn man... Kritischer Treffer für 400 Schaden. Nice. Ohne Buff. War das dein Crit-Buff gerade? Oder war das mein Crit? War das mein Crit sogar? Warte. Ja, was? Konne ich mir nicht verkneifen. Sarge die Erkennungsmarken bringen. Sarge kennst du doch noch. Ja, Sarge. Ich mag Sarge nicht. Sarge ist ein Arsch. Nein, Sarge mag ich. Ich mag die Tusse bei ihm nicht. Ich mag die Tusse. Werde ich? So ergänzen wir uns wieder. Ja, vor allem, dass ich die Tusse mal nicht mag, ne? Ja, es ist eigenartig. Es hat Brüste und du magst es nicht. Ja. Aber ich bin auch frauenfeindlich, ne? Ja. Außer muss man Frauen nicht mögen, um mit ihnen Spaß zu haben. Das ist das, was der Lästrak euch beibringen will, liebe Kinder. Nein. Frauen sollten immer... Nein. Den Kindern bringe ich bei. Frauen sollten immer mit Respekt behandelt werden. Es sind nämlich einzigartige Wesen, die Fähigkeiten haben... Du weißt, dass Kinder ganz viel nach Vorbildern lernen. Und nicht nach dem, was man sagt. Ja, das ist mein Cousin. Die sollten sich ein anderes Vorbild als mich suchen. Sarge, hier, bitte. Oh, mal, sag mal nicht mal was dazu. Bericht senden. Eine Schwarzbarren. Wie viele fehlt denn der eigentlich noch? Ich glaube, ich brauche die jetzt gar nicht mehr, weil die machen, glaube ich, machen die 200 Schaden, die Kuhdingens da hinten? Keine Ahnung. Ich glaube, ja. Weil der macht ja jetzt hier 201 Schaden. 201? Also meine Pistole macht 220. Und hat Plus auf Crit und Durchdringungswert. Beides, was ich brauche. Ist eigentlich nicht so schlecht. Ah, ne, die machen 235. Ich habe die Faustwaffen davon ja schon. Okay, dann... Ich weiß gar nicht. Wo kann man nachgucken, wie viele Barren man hat? Äh, unter E. Und dann Tokens. Ah, unter Token. Ich habe 41. Ich glaube, man braucht 45. Ich habe 54. Okay. Aber ich gebe die auch nicht aus. Ich liebe den Geruch von Käfer-Soße am Morgen. Äh. Ist eigentlich schon die Folge um? Wir hätten noch drei Minuten, aber weil die letzte so lange war, können wir auch hier Stopp machen, ja. Ja. Erschlagt mich ruhig, alle deine Fans. Die Koalitionisten kommen gleich an. Okay. Beim nächsten Mal auch wieder mit neuem Design bei Eukalypter. Ich verspreche es. Bis zum nächsten Mal. Euer Koali und euer... Les Raktak. ...in der Secret Tour. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.